Jakob Fugger von Delilje war zwischen etwa 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr, Montanunternehmer und Bankier Europas. Er entstammte der Augsburger Handelsfamilie Fugger. Die Familienfirma baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus. Seine Ausbildung hatte er bereits als 1-4-Jähriger in Venedig begonnen, wo er sich wohl bis gegen 1487 überwiegend aufhielt. Jakob Fugger war zugleich Kleriker und besaß eine Pründe, hat jedoch nie in einem Kloster gelebt. Die Grundlage des Familienvermögens wurde vorwiegend durch den Baumwollhandel mit Italien geschaffen. Die Augsburger Familienfirma wuchs rasch, nachdem die Brüder Ulrich Georg und Jakob Fugger in Bankgeschäfte mit den Habsburgern und der Kurie parallel dazu zunächst in die Mutanwirtschaft in Tirol und ab 1493 in den Abbau von Silber und Kupfer im heutigen Tschechien und der Slowakei einstiegen. Ab 1525 besaßen die Fugger Rechte zum Abbau von Quecksilber und Zinnober in Almaden. Nach 1487 bestimmte de facto Jakob Fugger die Geschäftspolitik der Firma, die sich in etwas mehr als einem Jahrzehnt von einem konventionellen Handelsunternehmen mittlererer Reichweite zu einem europaweit agierenden Konzern mit ausgeprägten Schwerpunkten im Mutan- und Banksektor entwickelte. Das Unternehmen nahm zeitweilig eine fast monopolatige Stellung auf dem europäischen Kupfermarkt ein. Kupfer aus Oberungarn wurde über Antwerpen nach Lissabon und von dort weiter nach Indien verschifft. An der ersten und einzigen Handelsfahrt deutscher Kaufleute nach Indien in einer portugiesischen Flotte war Jakob Fugger ebenso beteiligt wie 1525. An einer frühen, allerdings gescheiterten spanischen Handelsexpedition zu den Molucken. Mit seiner Unterstützung für das Haus Habsburg beeinflusste der Augsburger Bankier die europäische Politik. Er finanzierte den Aufstieg Kaiser Maximilians I. sowie maßgeblich die Wahl dessen Enkels des spanischen Königs galt zum römisch-deutschen König. Jakob Fugger finanzierte auch die Eheschließungen mit dem Haus der Jaguilonen, die in der Folge die Königreiche Böhmen und Ungarn für das Haus Habsburg sicherten. Bleibende Berühmtheit sicherten Jakob Fugger seine Augsburger Stiftungen. Die von ihm gestiftete, von 1509 bis 1512 errichtete und dann prachtvoll ausgestattete Fuggerkapelle in St. Anna ist die Grablege der Brüder Ulrich Georg und Jakob Fugger und der erste Renaissancebau Deutschlands. Die offiziell 1521 gestiftete Fuggerei, eine Amensiedlung für arbeitswillige Augsburger Handwerker und Tagelöhner, ist heute die älteste erhaltene Sozialsiedlung der Welt. Der 1515 erbaute Damenhof in den Augsburger Fuggerhäusern ist der erste Professoranbau der deutschen Renaissance. Mit dem Kauf der Grafschaft Kirchberg und der Herrschaft Weißenhorn mit der Stadt Weißenhorn sowie der Herrschaften Wullenstätten und Pfaffenhofen. Südlich von Ulm durch Jakob Fugger im Jahr 1507 begann der Aufstieg der Fugger von der Lilie in den Adel. 1511 wurde der bürgerliche Unternehmer Jakob Fugger aus lehensrechtlichen Gründen in den Adelstand erhoben. Die Erhebung 1 Gaufmanns in den Freiherrenstand war ein Vorgang ohne Parallele im Reich. 1514 machte ihn Kaiser Maximilian I. zum Reichsgrafen. 1508 erwarb Jakob Fugger zudem die Hofmark Schmiechen an der östlichen Lechleite südlich und die Herrschaft Biberbach mit der Burgmarkt im Lechtal. Nördlich von Augsburg. Jakob Fugger's Vermögen, das für heutige Maßstäbe kaum vorstellbare Dimensionen erreichte, verhalf ihm zu dem Beinamen der Reiche. Leben, Herkunft, Ausbildung und frühe Jahre in Venedig. Jakob Fugger wurde als zehntes von elf Kindern von Jakob Fugger und dessen Frau Barbara, Tochter des Münzmeisters Franz Bessinger, geboren. Die Fugger, mittlerweile in zweiter Generation Bürger in Augsburg, hatten sich als erfolgreiche Kaufleute in der Stadt etabliert. Der nicht unvermögende Hans Fugger, der Großvater Jakob Fugger des Reichen, war 1367 nach Augsburg eingewandert. Er erwarb das Bürgerrecht durch Heirat und kam durch Baumwollhandel mit Italien bereits zu einem beträchtlichen Vermögen. Sein Sohn Jakob Fugger d. E. zählte wenige Jahre vor seinem Tod bereits zu den reichsten Augsburger Bürgern. Die älteren Brüder Jakob Fugger, Ulrich und Georg schufen die Grundlagen für den europaweiten Aufstieg der Firma. Sie gründeten um 1470 Faktoreien in den wichtigen Handelszentren Venedig und Nürnberg. Jakob Fugger, ältere Brüder Andreas und Hans starben jung in Venedig. Sein Bruder Markus war geistlicher, ab 1470 Schreiber in einer päpstlichen Kanzlei in Rom, wo er 1478 verstarb. Auch Peter Fugger starb 1473 in Nürnberg jung an einer Seuche. Kredite Ulrich Fugger an den Habsburger Kaiser Friedrich III. sollen die Ursache dafür sein, dass den Fugern 1473 vom Kaiser das Lilienwappen verliehen wurde. Nach diesem Wappen nannte sich dieser Zweig der Familie in Unterscheidung von den Verwandten vom Reh, seitdem von der Lilie. Bis zum Jahr 2009 waren Historiker davon ausgegangen, dass Jakob Fugger, der als einst zwei J-Jähriger die niederen Weihen erhalten hatte, bis 1478 als Kanonikus im mittelfränkischen Stift Herrin gelebt habe. Ein Dokument aus dem Haushof und Staatsarchiv in Wien belegt allerdings, dass Jakob Fugger bereits 1473, also im Alter von 14 Jahren, die Fugger in Venedig vertrat. Die neuere Forschung geht davon aus, dass Jakob Fugger von 1473 bis 1487 überwiegend am Fondacoday Tedeschi, dem Haus der deutschen Kaufleute in Venedig, tätig war. Venedig war nicht nur die Handelsdrehscheibe für den Mittelmeerraum. Die Lagunenstadt ermöglichte Jakob Fugger zudem eine fundierte Ausbildung im Bankwesen und vor allem im Metallgeschäft. Der mehrjährige Italienaufenthalt Jakob Fugger führte später dazu, dass er in Augsburg die ersten Renaissancebauten Deutschlands errichten ließ. Auch die juristischen und architektonischen Strukturen der von ihm gestifteten Fuggerei dürften von Sozialsiedlungen in Venedig angeregt und beeinflusst worden seien. Der Einstieg in die Montanwirtschaft Frühe Geschäfte im Mondanwesen tätigte Jakob Fugger bei Salzburg. Den selbstständigen Silbergrubenbesitzern der Salzburger Schieferalpen, die ständigen Kapitalbedarf hatten, lieh er Geld. Dafür ließ er sich jedoch nicht, wie es üblich gewesen wäre, Schuld eine ausstellen, sondern forderte Kuxse und konnte über diese Beteiligung immer mehr Bergbauunternehmer im Raum Gasthain und Schlattming zwingen, das Silber direkt an die Fugger zu verkaufen, statt es an Zwischenhändler abzugeben. Jakob Fugger war für die Fugger sind Geschäfte auf der Linie Augsburg-Tirol-Venedig-Rom verantwortlich. Um 1485 gründeten die Fugger auch eine Faktorei in Innsbruck. Dort kam Jakob Fugger 1485 durch einen kleinen Kredit erstmals mit dem Tiroler Landesherrn Erzherzog Sigmund ins Geschäft. Dieser Habsburger hatte als alleiniger Eigentümer des Tiroler Bergregals Abbaurechte an private Grubenpächter vergeben, die einen Teil der Erträge als Pachtzahlung an Sigmund abzuführen hatten. Obwohl der Herzog aus diesem Geschäft Übereinkünfte verfügte, die ihm den Beinamen der Münzreiche eintrugen, war er ständig in Geldnot. Seine verschwenderische Hofhaltung, die Versorgung von zahlreichen unehelichen Kindern und seine umfangreiche Bautätigkeit machten die Aufnahme immer neuer Darlehen notwendig. Als ein Schadensersatz von 100.000 Gulden fällig wurde, der als Kriegsfolge an Venedig zu zahlen war, sprang Jakob Fugger als Geldgeber ein. 1488 beliefen sich die Kreditverbindlichkeiten des Herzogs gegenüber den Fugern auf über 150.000 Gulden. Neben dieser Summe war vor allem der Zahlungsweg bemerkenswert. Jakob Fugger zahlte die Gelder nicht an den Fürsten selbst aus, sondern an die Gläubiger. Hofstadt und Handwerker erhielten ihre Entlohnung direkt und pünktlich von den Fugern. Den Fugern stand in der Folge zeitweilig alles Silber und Kupfer zu. 1517 beschafften die Fugger im Gegenzug zum Beispiel rund die Hälfte des Tiroler Staatshaushaltes. Ein Tiroler Chronist schrieb, In diesem Land ist alles versetzt, was Geld beträgt. Die Fugger von Augsburg haben das große Gut zu Schwarz inne und ziehen daraus jährlich 200.000 Gulden. Bei solchen Klagen wurde freilich übersehen, dass es Maximilian I. war, der alle einträglichen Herrschaften und Gerichte verpfändete und daraus Nutzen zog. Der Historiker Eike Eberhard Unger hat ermittelt, dass allerdings die Fugger nicht immer so riesige Gewinne machten, wie man es ihnen nachsagte. Die Verbindung zu Maximilian I. Die Ausweitung der höchst riskanten, wenn auch äußerst lukrativen geschäftlichen Verbindung der Fugger zu Maximilian I. ist ohne Zweifel auf Jakob zurückzuführen. Auf seiner Einschätzung, das Haus Habsburg sei das für die Zukunft in Deutschland maßgebende Geschlecht, beruhte die Entscheidung, den gleichaltrigen Herrscher finanziell und damit machtpolitisch zu unterstützen. Jakob Fugger begegnete dem jungen römisch-deutschen König zum ersten Mal 1489 auf der Frankfurter Messe. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Pläne hinsichtlich des noch selbstständigen Herzogtums Tirol bereits mit des Königskanzler Johann Waldner. Abgesprochen, als am 16. März 1490 Herzog Sigmund und die Tiroler Landstände zusammenkamen, war nicht zufällig auch König Maximilian anwesend. Auf Druck der Stände, die ihm Misswirtschaft vorwarfen, musste Sigmund zugunsten Maximilians abdanken, der sich verpflichtete, alle Kredite des Vorgängers zurückzuzahlen. Damit wurden die Fugger zu einem der wichtigsten Geldgeber Maximilians, der seit 1486 mit Regent im Heiligen Römischen Reich war. Maximilian wurde 1493 nach dem Tode seines Vaters Friedrich III. allein regierender römisch-deutscher König. Maximilian, der letzte Ritter, wie er auch genannt wurde, wurde früher als der schlechteste Haushalter aller Habsburger unverschwenderisch bis an die Grenzen des Wahnsinns betrachtet. Dieses Urteil wird heute differenzierter betrachtet. Trotz aller finanziellen Schwierigkeiten und zahlreicher gescheiterter politischer Projekte wird anerkannt, dass Maximilian I. letztlich seine Pläne verwirklichen konnte. Durch Heirat, nicht durch Feldzüge, sicherte er dem Haus Habsburg die Königreiche Spanien, Böhmen und Ungarn. Am 15. Juli 1507 verkaufte der römisch-deutsche König Maximilian I. an Jakob Fugger die bei Ulm gelegene Grafschaft Kirchberg, die angrenzende Herrschaft Weißenhorn mit der dazugehörigen Stadt sowie die Herrschaften Wullenstätten und Pfaffenhofen an der Rot aus. Habsburgischem Besitz in Vorderösterreich dafür erhielt der Habsburger, der sich 1508 in Trient selbst zum Kaiser proklamiert, 50.000 Gulden verkaufte Maximilian I. Auch die Hofmark schmierchen an Jakob Fugger 1514 die Herrschaft Biberbach. Kaiser Maximilian I. erhob Jakob Fugger 1511 in den Adelstand und ernannte ihn 1514 zum Reichsgrafen. Damit der Augsburger Bürger seine Herrschaft ohne Widerstände aus dem Adel ausüben konnte. Kritik des Reformators Martin Luther, dem wirtschaftliche Anforderungen weitgehend fremd waren. An den Geschäften der Fugger und romanhafte Darstellungen der Fugger-Geschichte haben zu der Auffassung geführt, dass Jakob Fugger durch seine Kredite an Maximilian I. den König und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs in der Hand gehabt hätte. Die jüngere Forschung geht vielmehr davon aus, dass das Gegenteil der Fall war. Zum Ende seines Lebens hatte sich Maximilian I. derart stark bei Jakob Fugger verschuldet, dass der Augsburger Bankier wohl gar nicht mehr anders konnte, als die Habsburger weiter zu unterstützen, um so seine Forderungen zu sichern. Als Maximilians Enkel und Nachfolger, der spanische König Karl I., 1519 zum deutschen König und damit künftigen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation gewählt werden sollte, finanzierte Jakob Fugger allein die ungeheure Summe von 545.585 Gulden von den insgesamt knapp 852.000 Gulden Wahlgeldern für die deutschen Kurfürsten. Damit wollte er die Wahl des französischen Königs Franz I. verhindern, durch die seine Forderungen in Gefahr geraten wären. Doch dadurch hatte Jakob Fugger die Augsburger Familienfirma in Abhängigkeit von den Habsburgern gebracht. Später sollten die Fugger den weitaus größten Teil ihres Vermögens durch drei spanische Staatsbankrotte verlieren. Das Mutanunternehmen der Fugger wohl auf Drängen Jakob Fuggersch wurde die Firma 1494 in eine der ersten offenen Handelsgesellschaften Europas umgewandelt. Gleichzeitig erfolgte die Namensänderung in Ulrich Fugger und Gebrüder von Augsburg, um die Gleichberechtigung der drei beteiligten Brüder in geschäftlichen Fragen anzuzeigen. An dieser Entwicklung lässt sich der erheblich gestiegene Einfluss Jakobs innerhalb des Unternehmens ablesen. Wohl schon seit den späten 1480er Jahren bestimmte Jakob Fugger mehr und mehr die Firmenpolitik, wenngleich der älteste Bruder Ulrich nach außen stets das Unternehmen leitete. Darauf deutet hin, dass die Tiroler Quellen fast durchgängig von Jakob Fuggersch Gesellschaft sprechen und dass später auch die zentralen Verträge des ungarischen Handels von ihm geschlossen wurden. Das enorme Wachstumspotenzial im Bergbau und Erzhandel nutzte Jakob Fugger in den folgenden Jahren äußerst gewinnbringend. Als Sicherheit für Darlin, die er den Habsburgern und auch dem König von Ungarn gegeben hatte, ließ er sich Bergwerkserträge in Tirol und Bergwerksrechte in Oberungarn übertragen. Auf diese Weise erwarb das Montanunternehmen schließlich im Heiligen Römischen Reich eine dominierende Stellung im Handel mit Kupfer. Mit ihrem Geschäftspartner Hans Thurzow gründeten die Fugger 1494 den ungarischen Handel. Die von den Fugern finanzierten Bergwerke in Neusoul gehörten zum Königreich Ungarn. Jakob schuf nun einen regelrechten Montan-Konzern. Neben einer Schmelzhütte in Neusoul wurden 1495 die Saigerhütte Fuggerau in Kärnten. Bald darauf die Saigerhütten in Hohenkirchen in Thüringen und in Muschnitz gegründet. Verteilt wurde das Kupfer über Faktoreien in Breslau, Leipzig, Krakau und Uffen. Für den Transport zur Ostsee ließ Jakob Fugger eigens eine neue Straße über den Jablunkapas bauen, über den die Kupferlieferungen zu den Ostsee-Häfen in Danzig, Stettin und Lübeck transportiert wurden. Von dort wurde das Kupfer aus Oberungarn über Antwerpen nach Lissabon verschifft, wo es die wichtigste portugiesische Handelsware für den Export nach Indien darstellte. Auf den Kupfermarkt in Venedig gelangte Fugger Schisskupfer aus Neusoul über Wiener Neustadt und die Atria-Häfen Triest und Seng. In den schlesischen Goldbergbau stiegen die Fugger 1502 ein. Die slowakische Kupferförderung machte knapp 40% der europaweiten Kupferherstellung aus. Aus Tirol, wo die Fugger den Markt weitgehend beherrschten, stammten 40% des europäischen Kupfers. Die Augsburger Firma besaß somit in Europa eine marktbeherrschende Stellung im Kupfergeschäft, wenn auch kein Monopol. Der Vatikan als Kunde die Fugger standen um 1495 als erstes oberdeutsches Handelshaus in direkten Geschäftsbeziehungen zur Kurie. Nach dem Tod Papst Alexander VI. im August 1503 intensivierte Jakob Fugger seine Kontakte zum Vatikan in Rom. Dem neuen Papst Julius II. finanzierte er 1506 die Anwerbung der bis heute bestehenden Schweizergarde des Vatikan. Erste Geschäfte des 1478 verstorbenen geistlichen Markus Fugger in Rom sind um 1473 bekannt. Für die Kurie transferierten die Fugger 1477 erstmals kirchliche Einnahmen aus Schweden nach Rom. Zwischen 1508 bis 1524 hatten die Fugger die römische Münzstätte, die Zecker, gepachtet. Aus dieser Zeit sind 66 Münzprägungen für vier Päpste belegt. Die Fugger waren danach nur noch bis Ende der 1530er Jahre mit einer Faktorei in Rom vertreten. Als einer der führenden Bankiers in Europa und durch seine engen Kontakte zum Vatikan beteiligte sich Jakob Fugger auch am Ablasswesen. Ablässe waren damals ein gängiges Mittel zur Finanzierung von Kirchen, Spitälern und sogar Nordseedeichen. In Verruf kam das Ablasswesen lediglich durch den zu häufigen Gebrauch durch die baulustigen und kunstlebenden Renaissance-Päpste sowie durch die am Ablass beteiligten Landesherren. Zum Erwerb zweier Erzbestümer stellte das Bankhaus dem Hohensoll an Albrecht von Brandenburg. Seit 1513 Erzbischof von Magdeburg und ab 1514 zugleich Erzbischof von Münz 1515 ein Darlehen über 48.000 Gulden zur Verfügung. Um seine Schuld bei den Fugern abzutragen, überließ Albrecht den Fugern die ihm zustehende Hälfte aus dem von Papst Leo X. verkündeten neuen Ablass für den Bau des Petersdoms in Rom. Für die Fugger war der Ablasshandel darüber hinaus vom wirtschaftlichen Umfang her betrachtet lediglich ein völlig unbedeutendes Bankgeschäft. Dennoch entstand durch den Ablasshandel erhebliches Konfliktpotenzial. Das wegen seiner moralischen Fragwürdigkeit in den Folgejahren zur Durchsetzung der Reformation in Deutschland beigetragen hat. Das Verhalten des eingesetzten Ablasspredigers des Dominikaners Johann Tetzel gab Martin Luther den Anlass zu seinen 95 Thesen. 1520 schrieb Luther seinen Aufsatz an den christlichen Adel deutscher Nation und griff darin auch Jakob Fugger persönlich an. Man müsste wirklich dem Fugger und der gleichen Gesellschaft einen Zaum ins Maul legen. Der Warenhandel spielte für die Fugger im Vergleich zu ihren Montanunternehmen eine nur untergeordnete Rolle. Nur wegen der damit verbundenen Exotik nehmen die Beteiligungen Jakob Fugger an frühen Handelsexpeditionen einen prominenten Platz in der Fugger-Geschichte ein. Nachdem der Portugiese Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien entdeckt hatte und damit das portugiesische Gewürzmonopol ermöglichte, beteiligte sich auch Jakob Fugger am Handel mit Gewürzen und eröffnete 1503 eine Faktorei in Lissabon. Er erhielt am 3. Oktober 1503 von der Casa da India die Erlaubnis, von Lissabon aus mit Pfeffer, sonstigen Gewürzen und Luxuswaren wie Perlen und Edelsteinen zu handeln. 1505 beteiligte sich das Unternehmen gemeinsam mit anderen Augsburger, Nürnberger und genuesischen Handelshäusern. Mit dem vergleichsweise kleinen Betrag von 3000 Gulden an der ersten Indienfahrt mit Beteiligung deutscher Firmen. Drei Handelsschiffe segelten mit der 22-Schiffe-umfassenden Flotte des ersten portugiesischen Vizekönigs von Indien, Francisco de Almeida. Am 25. März 1505 von Lissabon ab und erreichten am 13. September 1505 die indische Westküste. Die Fahrt endete 1506 mit der Rückkehr nach Lissabon. Obwohl ein Drittel der importierten Waren an den König von Portugal abzuführen war, betrug der Nettogewinn 175%. Der portugiesische König erklärte den Gewürzhandel mit Indien jetzt zum Kronmonopol, um sich die Einnahmen zu sichern und fremde Kaufleute auszuschließen. Auf die Kupferlieferungen der Fuga blieben die Portugiesen allerdings angewiesen. Da Kupfer im Indienhandel ein unverzichtbares Exportgut darstellte und nur Jakob Fuga in der Lage war, die notwendigen Mengen verlässlich zu liefern. Mit den Portugiesen hatten die Fuga übrigens schon 1493 in Augsburg über eine schließlich nicht durchgeführte China-Expedition verhandelt. Anders als die Augsburger Welser beteiligten sich die Fuga nur äußerst vorsichtig am Handel mit dem fernen Osten und dem 1492 entdeckten Amerika. Auch an einer zweiten Handelsexpedition im Jahr 1525, die an der Südspitze Amerikas vorbei zu den Gewürzinseln führen sollte, beteiligte sich Jakob Fuga lediglich mit einer vergleichsweise kleinen Summe selbst. Der völlige Misserfolg der Molokken-Expedition des Spaniers Garcia de Loaissa gab dem nüchternen Augsburger Kaufherrn recht. Vor allem für den Bergbau in Oberungarn benötigten die Fuga enormes Kapital, das die Firma zu diesem Zeitpunkt noch bei weitem nicht aufbringen konnte. 1496 war deshalb Kardinal Mechior von Mekau der Hauptgeldgeber der Fuga. Der Fürstbischof von Brixen hatte am Domkapitel vorbei heimlich über Jahre hin etwa 150.000 Gulden bei Fuga gegen Zins angelegt. So umging der Kirchenfürst das offiziell geltende kirchliche Zinsverbot. 1509 verstarb von Mekau plötzlich in Rom. In seinem Ärmel wurden Depositenzettel gefunden, die diese Anlage verrieten. Der Papst, das Bistum Brixen und die Familie von Mekaus forderten nun als potenzielle Erben die sofortige Auszahlung der Einlage, was die Fuga in die Zahlungsunfähigkeit getrieben hätte. In dieser Situation zeigte sich die politische Hilfestellung, die Kaiser Maximilian seinem Bankier angedeihen ließ. Der Kaiser erklärte sich gegenüber Papst Julius II. dazu bereit, in dessen kriegerische Auseinandersetzung mit Venedig einzugreifen. Dafür wurde der Habsburger als Erbe des verstorbenen Kardinals von Mekau anerkannt und die Erbschaft, die plötzlich nur noch 100.000 Gulden umfasst, konnte mit offenen Forderungen der Fuga verrechnet werden. Von den Fugern wurde der Papst mit Juwelen abgefunden. Noch im selben Jahr allerdings forderte der Kaiser die entsprechende Gegenleistung und Jakob Fuga unterstützte ihn mit Finanzmitteln von 170.000 Gulden bei dessen Feldzug gegen Venedig. Jakob Fuga führte seit dem Tod seines Bruders Ulrich das Familienunternehmen allein und geradezu monarchisch. Das Familienunternehmen firmierte nun unter dem Namen Jakob Fuga und Gebrüder Söhne. In den Jahren bis zu seinem Tod gelang es Jakob Fuga, das Eigenkapital der Familienfirma, das 1511 noch bei rund 200.000 Gulden lag, auf rund 2 Millionen Gulden zu steigern, die Wahl Karls V. Im Jahr 1519 Kaiser Maximilian verstarb im Januar 1519 und hinterließ seinem Enkel Karl I., dem Herzog von Burgund und spanischen König. Die Habsburgischen erplande mit den burgundischen Nebenländern und einen umstrittenen Anspruch auf den römisch-deutschen Kaiserthron. Um seine Forderung an das Haus Habsburg politisch abzusichern, unterstützte Jakob den 19-jährigen Thronanwärter bei seiner Wahl zum römisch-deutschen König, auch der englische König Heinrich VIII. und der französische König Franz I. hatten ihre Kandidatur angemeldet. Franz I. hatte sich sogar schon im Vorfeld der Wahl die Wahlstimmen des Kurfürsten und Erzbischofs von Trier sowie des Kurfürsten von der Pfalz gesichert und überdies 300.000 Gulden Wahlgeld geboten. Das Kurfürsten-Kollegium bestand aus drei geistlichen sowie vier weltlichen Fürsten. In dieser für Karl I. sehr schwierigen Situation entschied die Kapitalkraft Jakob Fugasch die Wahl zugunsten des spanischen Königs. Er transferierte die ungeheuerliche Summe von 851.918 Gulden an die sieben Kurfürsten, woraufhin der Habsburger Karl am 28. Juni 1519 einstimmig zum römischen König gewählt wurde. Von der Gesamtsumme brachte Jakob Fugasch beinahe zwei Drittel, nämlich 543.585 Gulden selbst auf. Das restliche Drittel wurde von den Welsern und von drei italienischen Bankiers finanziert. Diese Wahlgelder werden des Öfteren als Bestechung verstanden. Doch der Interessenausgleich zwischen neuem König und Kurfürsten war auch bei früheren und späteren römisch-deutschen Königswahlen Usus. Ungewöhnlich war lediglich die Höhe des Betrags von 1519, der aus der Unsicherheit über den Wahlausgang resultierte, sowie der Ausgleich in Geld, Stadt, in Land, Titeln oder Rechten. Der Papst erlaubte dem römischen König Karl V., wenige Tage später, sich auch erwählter Kaiser, zu nennen. Erst 1530 wurde Karl V. in Bologna vom Papst tatsächlich zum Kaiser gekrönt. Es war die letzte Krönung eines Kaisers durch den Papst überhaupt. Karl V., der über ein Reich gebot, in dem die Sonne nie unterging, stand nun tief in der Schuld des Fugasch. 1521 beliefen sich die Schulden Karls V. bei Jakob Fugger auf 600.000 Gulden. Der Kaiser tilgte 415.000 Gulden dadurch, dass er die Fugger durch die Tiroler Silber- und Kupferproduktion entschädigte. Als auf dem Reichstag in Nürnberg 1523 die Reichsstände eine Begrenzung des Handelskapitals und der Zahl der Niederlassungen von Firmen diskutierten, erinnerte Jakob Fugger seinen Kaiser an die seinerzeit gewährte Wahlbeihilfe. Es ist auch wissentlich und liegt am Tage, dass eure kaiserliche Majestät die römische Krone ohne mein zu tun nicht hätte erlangen können. Mit der gleichzeitig erhobenen Forderung auf sofortige Begleichung der offenen Verbindlichkeiten erreichte Jakob von Kaiser Karl V., dass die Überlegungen zur Monopolbeschränkung nicht weiter verfolgt wurden. 1525 erhielt Jakob Fugger außerdem die dreijährige Pacht der Quecksilber- und Zinnoberminen in Almaden in Kastilien zugesprochen. Bis 1645 blieben die Fugger im spanischen Bergbaugeschäft.